Heute ist der 25.12.2021 der erste Weihnachtstag und ich hoffe, ihr wurdet gestern alle reichlich beschenkt, so wie ihr es verdient habt. Natürlich machen wir weiter mit dem Cinemanuel Adventskalender und zwar Türchen Nr. 23. Das wird heute ausgelost von der Community für die Community. Hier gibt es nochmal richtig tolle Geschenke und zwar diese beiden Stapel Blu-Rays gehen jetzt an den einen oder anderen von euch oder die eine oder andere. Wir werden es sehen. Wir gucken in die Kommentare rein, schalten hier erstmal noch die letzten drei Kommentare frei. Dann passt das, dann laden wir das Ganze nochmal neu. So, wunderbar veröffentlicht. Haben wir alles, machen das so, dann sehen wir, dass hier alles schön dabei ist und am Start. Ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen, jedem ein Herz zu geben. Ihr wisst es, im Gedanken seid ihr sowieso alle die Besten. Also, machen wir es mal hier mit dem Link. Dann gehen wir hier schnell rein. Dann, haben wir jetzt den Ding, jo. Der Text war Hashtag Advent23. Kommentare holen. 88 Kommentare, absoluter Wahnsinn. Jo, dann schauen wir mal, wen wir heute glücklich machen dürfen. Und der Winner, Sternchen in, ist Planet Rammstein. Tolle Aktion, wie immer. Hashtag Advent23. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei mir per E-Mail und dann gehen deine beiden Stapelfilme hier bald auf Reisen. Dann gibt es natürlich noch ein paar Vorbesteller-Tipps. Wir sind hier bei Reddit und da wurde von Bluefans angekündigt, dass sie die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan neu auflegen werden in exklusiven Steelbooks. Wir sehen es hier. Schaut richtig geil aus. Die werden höchstwahrscheinlich geprägt sein hier mit Rahmenprägung, mit Titel. Dann Glossy, Innenprint, supergeil. Hier konnten sie Warner auch dazu überreden, wie es ausschaut. Und die Credits hier innen reinzumachen und nicht mal hier links, sondern hier rechts unterhalb der Disc. Also das sieht fantastisch aus. Auch das Dark Knight-Steelbook gefällt mir sehr gut. Und Dark Knight Rises ebenso. Hier hinten immer auch die Gegenspieler drauf. So muss das sein. Richtig tolle Geschichte. Ein richtig geiles Steelbook. Könnte auch Tom Hanks in The Green Mile werden. Hier gibt es erstmal ein Vorschaubild sozusagen. Warner-Typisch dann aber wieder die Credits hier hinten drauf. Könnte gut sein, dass das Ganze zu uns kommt. Angekündigt wurde es für Best Buy und auch für Zavi. Wer weiß, vielleicht dann auch bei uns in Deutschland. Wenn wir schon bei Zavi sind, bleiben wir auch hier. Encanto habe ich euch ja angekündigt. Der ist jetzt seit Heiligabend verfügbar auf Disney+. Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Ich, kleiner Schussel, dachte, der ist seit November verfügbar. Aber der ist seit November im Kino gewesen und eben seit Heiligabend auf Disney+. Verfügbar für alle Mitglieder oder Abonnenten sozusagen des Streaming-Dienstes. Wir können hier nochmal schnell reingucken. So schaut das Steelbook aus. Richtig tolles, farbenfrohes Steelbook. Auch der Innenprint sieht fantastisch aus. Und auch die Rückseite, Titel auf der Front, Titel auf der Spine. Dreimal Disney, eins, zwei, drei. Ja, und hier hinten auch. Also, damit man auch ja erkennt, von wem das Steelbook ist, finde ich ganz witzig. Bei uns leider noch nicht angekündigt als Steelbook, aber höchstwahrscheinlich bei Amazon Spanien. Da warten wir noch ein bisschen und dann bin ich mir sicher, dass es dort auch erscheinen wird. Bei uns leider wie immer nur die Special Edition hier. Mit diesen Karten kennen wir ja auch von anderen Disney-Veröffentlichungen. Finde ich immer ein bisschen schade. Man kann sich daraus zwar eine echt coole Full-Slipped-Edition basteln, die aber dann schon sackrisch ins Geld geht. Matrix läuft aktuell in den Kinos, bekommt vernichtende Kritiken von allen. Eigentlich auch von Fans, die den Film jetzt nicht so zerreißen wie manch anderer. Aber trotzdem sagen, es ist einfach leider kein guter Film geworden. Und hier wurden ja drei verschiedene Steelbooks angekündigt. Die gibt es zum einen auch bei Zavi eben hier 4K Ultra HD und auch bei uns Matrix eben in diesem Forst Steelbook. So wird dieses Cover ausschauen, 4K Ultra HD. Dann haben wir noch dieses Pilz-Cover-Designs. Das wird wie folgt aussehen. Ja, kann man mal machen. Ist jetzt echt minimalistisch gehalten, aber bei dem Film passt es ja irgendwie. Und was am meisten passt, aber ich dann wieder einfallsloser finde, ist eben das dritte Steelbook in der Standardvariante. Hier mit diesen grünen Streifen drauf und den Zahlen und Code und alles. Naja gut, passt immerhin zu den anderen Steelbooks. Verfügbar ab dem 30. Juni 2022. Wir wissen, das Ganze ist nur ein Platzhalter. Also das wird sich bestimmt noch im Verlauf der nächsten Zeit verändern. Bleiben wir noch ganz kurz bei Zavi. Hier noch angekündigt eben Frankenstein mit Robert De Niro für den 28. März 2022. Ich wollte euch das jetzt einfach nur nochmal zeigen für alle Interessenten. Und ihr wisst es ja, vielleicht haben wir Glück, wobei hier Arrow-Video angekündigt ist. Und die haben es dann meistens nicht zu uns geschafft. Aber wir können ja mal hier gucken. Gucken kostet ja nichts. Ist jetzt nichts weltbewegendes, muss man sagen. Aber ja, für Steelbook-Freunde vielleicht doch interessant. Genauso wie Resident Evil Welcome to Raccoon City. Angekündigt im Steelbook auch von Konstantin Film. Und hier kann man das Steelbook auch bei Amazon jetzt bestellen. So wird das Cover-Design ausschauen. Ebenfalls angekündigt für den 30. Juni 2022. Dann haben wir noch Scott Pilgrim in der Titans of Cult Edition. Es scheint ja in ganz Europa nur irgendwie nicht bei uns. Außer, dass man bei uns die UK-Variante bestellen kann. Welche aber leider keinen deutschen Ton hat. Wir können einmal kurz reingucken, wie denn diese Edition aussehen wird. So haben wir eben das Boxset. Dann haben wir das Steelbook. Und dann haben wir noch ein paar Gimmicks, die es dazu gibt. Eigentlich wie immer eine ganz nette Geschichte. Aber preislich dann doch etwas sehr abgehoben für meinen Geschmack. Und komplett ohne deutschen Ton dann auch wahrscheinlich für die wenigsten interessant. Dann haben wir noch ein neues Mediabook gelistet zu Megaforce. Der Film sagt mir absolut gar nichts. Falls ihr was reinsteuern oder beisteuern könnt. Besser gesagt reinsteuern. Da waren wir schief wieder gedanken. Der war sonst. Ja, dann unten gerne in die Kommentare rein. Wir haben hier für den 13. Mai den Film angekündigt. In vier verschiedenen Cover-Varianten. 34,99. Wir sind hier bei Cover A. Hier haben wir dann Cover D. Dann haben wir Cover B. Und dann haben wir noch Cover C. Jo, so viel einmal dazu. Ich gehe da mal schnell zurück. Jo, so wird das aussehen. Dann haben wir noch angekündigt Halloween von Rob Zombie im Mediabook. 25. März 2022. Und ich habe damals gelesen, genau, dass es Leo 9 sein wird als Herausgeber. Und da dürfen wir dann davon ausgehen, dass es so ein kleineres Mediabook sein wird. Wie zuletzt zum Beispiel auch bei Drive. Der Preis wird sich mit Sicherheit auch noch anpassen. Es war angekündigt zuerst bei JPC. Da ist es aber ausverkauft jetzt noch hier eben bei Amazon verfügbar. Dann haben wir noch die Addams Family 2. Hier hatte ich mich damals richtig auf den ersten Teil gefreut. Und muss sagen, war richtig enttäuscht. Kaum ein Schmunzler, den mir der Film rauslocken konnte. Also das war schade. Dennoch erscheint hier ein zweiter Teil. Aber den werde ich definitiv erst mal nur streamen und dann gucken, ob der besser ist als der erste Teil. Und dann gegebenenfalls hier mit aufnehmen in die Sammlung. Was höchstwahrscheinlich hier noch mit in die Sammlung wandern wird, ist die Ultimate Collectors Edition von Ghostbusters. Das habe ich euch zuletzt ja im Ausland gezeigt mit dem ersten Vorschaubild. Jetzt auch bei Amazon.de endlich mit einem Vorschaubild versehen. So wird das Ganze aussehen. Leider keine Steelbooks am Start. Aber wir haben alles andere mit dabei. Auch dieses Buch und so. Also sieht richtig klasse aus. Auch der Schuber hier, der wie diese Geisterfalle aufgemacht ist. Gefällt mir wahnsinnig gut. Gut, preislich 84,99 für alle drei Teile in 4K. Ist noch im Rahmen. Bestseller Nummer 1 haben wir hier bei Amazon. Ja, also da wird die Edition schon gut weggehen. Ob sie aber dann irgendwann ausverkauft sein wird oder nicht. Wahrscheinlich wird Amazon wieder so eine künstliche Verknappungsaktion machen. Damit dann jeder denkt, wenn sie wieder verfügbar ist. Oh, jetzt muss ich zuschlagen. Gab es ja auch des Öfteren in der Vergangenheit. Also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten. Aber ich finde die Edition richtig schick. Dann haben wir noch ein kurzes Angebot hier zum Abschluss. Chaos Walking sind immer weiter im Preis. Zuletzt bei 24,99. Jetzt schon bei 23,06 Euro für ein 4K Ultra HD Steelbook. Der Film mit Tom Holland und Daisy Ridley. Und zu guter Letzt für alle Dracula-Fans. Dracula Untold fand ich seine Zeit ganz cool. Leider etwas blutleer mit der FSK 12. Da hätte man sich noch ein bisschen mehr trauen können. Aber ansonsten finde ich es einen richtig klasse Film. 9,52 Euro für die 4K Ultra HD plus Blu-ray. Und damit soll es das gewesen sein. Also meine Freunde, noch schöne Feiertage. Macht es gut. Auf bald und Servus. Und damit soll es das gewesen sein.